So, willkommen zurück. Wir wollten diese Tür ausprobieren. Es ist dann auch die letzte, die haben wir alle ausprobiert. Dann schauen wir mal. Ähm, oje, ach, hier war auch noch eine Tür, genau, die wir noch entdecken konnten. Dann probieren wir jetzt die nochmal. Ach, das sieht ja schon mal nach, ähm, was Neuem aus. Das hoffe ich zumindest. Ich hätte gern was Neues. Äh, nein, das ist auch nichts Neues. Das ist da, wo wir, genau, wo wir die ganzen, äh, ganzen Sachen da gemacht haben. Mit den Uhren und so. Also, aber da hinten kam man doch, äh, lang. Sind wir da nicht, sind wir da langgegangen gewesen? Ne, ne? Da waren wir, glaube ich, nicht. Oder doch? Rote Wüste weit weg. Salison Schloss weiter weg. Okay, ähm, ne, da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir wollen jetzt zum... Irgendwo anders hin. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Wir können natürlich jetzt beigehen und alle Kisten einsammeln, was ich aber jetzt nicht so wirklich toll fände. Okay, das heißt, irgendwo in diesen Welten muss ja irgendwas sein, was uns, ähm, weiterbringt. Theoretisch. Da unten ist eine Tür. Sind wir durch die gekommen? Nein, durch die sind wir nicht gekommen. Doch, durch die sind wir gekommen. Da ist auch noch Unsichtbarkeit entdecken. So. Sind einige Kisten noch, die will ich eigentlich alle gar nicht wirklich mitnehmen. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Wir waren ja überall schon. Gehen wir da durch die Tür, versuchen wir es nochmal, aber letztendlich kommen wir da ja auch nur durch die rote Wüste wieder und so. Da wollen wir ja gar nicht hin. Das ist ja das Schloss der, der Roten Königin da hinten und nicht der Weißen Königin. Äh, pfuh. Ja, mhm. Gute Frage, gute Frage. Was machen wir jetzt? Wir gehen durch die Tür. Komme ich da runter? Nein. Da hinten ist noch Unsichtbarkeit entdecken gewesen, habe ich gerade gesehen. Moment. Äh. Was haben wir hier denn? Kommen wir hier vielleicht irgendwo weiter? Ne, ne? Oh. Hoppala. Ich glaube, hier war auch nichts weit. Doch, da ist Unsichtbarkeit. Da ist auch nur eine Kiste. Nur Kisten ist irgendwie doof. Ne, hier ist nix. Hier könnte man natürlich noch so viel machen, um Punkte zu sammeln und so. Aber da will ich mich jetzt eigentlich nicht wirklich mit aufhalten. Da ist noch was. Die Tür ist viel zu groß. Ich komme kaum an die Klinke. Auch nur eine... Müssen wir durch diese Tür? Ne, oder? Da waren wir doch durchgegangen. Ne, ne, da müssen wir nicht durch. Okay, das war also auch nur eine... Komm schon, Alice. Na, cool. Ähm, das war auch nur eine Kiste. Ist das wahrscheinlich da hinten, was ich gesehen habe? Auch nur eine Kiste. Ach, das ist echt doof. Da hinten. Das wird auch nur eine Kiste sein. Ja, ist auch nur eine Kiste. Äh, das ist ja doof. Das ist so doof. So doof. Dann gehen wir wieder zurück jetzt. Und man kommt auch immer so schön hin und her. Also das heißt da tatsächlich suchen. Das ist irgendwie ein bisschen... Schwierig, weil ich überhaupt nicht weiß, wo es lang gehen könnte. Ah, nee. Eigentlich auch nicht. Hier vielleicht. Kommen wir nicht durch. Doch, kommen wir durch. Gucken, ob wir von da aus dahin kommen. Das ist jetzt die einzige Tür, die wir noch nicht probiert hatten. Noch nicht geguckt hatten, was da neu ist. Hey, mitkommen endlich. Ach, Moment. Ich gucke mal eben auf die Karte. Wo ist denn die weiße Königin? Uhren, Uhren. Das ist alles ein Kram, ne? Hier müsste... Da ist das Ziel. Okay, ähm... Oh Mann. Okay, also hier ist unser Raum. Jetzt müssten wir... Wir müssen da durch die Tür. Hier. Das heißt... Oh Mann, jetzt wird es kompliziert. Wir gehen wieder zurück. Dann gehen wir... Dann gehen wir hier rüber und dann von da und da rüber. Ja. Okay. Alles klar. Wieder zurück. Jetzt gucken wir noch mal. Ah, die dicke Katze da durch. Los. Hopp, 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 hopp. Okay. Dann versuchen wir da jetzt mal irgendwie, ähm, hinzukommen. Das scheint dann ja über Welten zu gehen, die wir schon, ähm, die wir schon hatten. So. Hallo Alice. So. Dann schauen wir jetzt mal. Also. Wir müssten jetzt hier die unteren nehmen. Die hier? Ich muss genau gucken. Nein. Die hier? Ja. Die. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Tür hier. Da waren wir auch schon, ne? Ach, Süd und Quast hat er nicht gesagt, wenn man zuhören würde, hat er nicht gesagt, wir müssen über den Baum Süd und Quast irgendwie, ähm, zurück. Das hätte man auch schneller haben können, ne? Das hätte man auch schneller haben können, ne? Hm. Ach, ja. Hier waren wir auch gewesen. Da wollte ich nicht weiterlaufen. Ja, so kann es einem geben, wenn man nicht so wirklich richtig zuhört. Okay. Egal. Jetzt haben wir ja den Weg gefunden. Ähm. Dann hier über die Brücke. Ein Schachbrett brauchen wir im Moment nicht. Ach, das war ja klar. Jetzt haben wir sie und zwingeln sie. Sie sind hier. Nein. Was für eine schreckliche Frau. Nein. 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 Ähm, au. So, den haben wir auch. Oh, wahrscheinlich einige. Oh Gott. Das sind ein paar viele. Aber es sind eigentlich alles die... Ah ne, da sind schon die Größeren. Ich würde sagen, es sind eigentlich alles die Kleinen, aber... Das stimmt nicht ganz. Sind auch die Großen. Schon wieder Alice. So, dem konnten wir gleich entgegenwirken. Nein. Nein. So Na gut So, geschafft Juhu Okay Eine Tür Ja Ähm, ist es jetzt Diese Tür? Ähm Das müsste Diese Tür sein, genau Oder? Ich weiß nicht Wir probieren die mal Äh Oder auch nicht Nein, wir bräuchten eigentlich Hier eine Tür Ist nur die Frage Wie kriegen wir die anderen Türen Wieder her? Hier müssten ja Eigentlich ein paar mehr Türen sein So Äh, hier entlang Ach, vielleicht von dieser Seite? Aha Okay Und dann Müssten wir Andere Seite Da lang Ja Aber Da brauchen wir erst noch Das andere Stück Der Tür Ach, guck mal Wer ist denn hier? Ich bin ganz allein Ich Mein Dumm ist nirgendwo Auffindbar Wo ist er denn hin? Wir waren nirgendwo Und wir entdeckten eine Tür Er öffnete sie Spazierte hinein Und Plötzlich war die Tür nicht mehr da In Luft aufgelöst Einfach so Dumm kennt alle diese Türen Die sich in Luft auflösen Aber ich kann ihm nicht folgen Er ist so ein Schlitzrohr Ach, der Arme Okay, also Türen, die sich in Luft auflösen Das ist ja eigentlich was für unsere Grinsekatze Ähm, wir müssten jetzt erstmal hier die Da ist eine Perspektive Da hinten Okay Ich will mal eben gucken, ob ich da hinten hinkomme Ne Ne, hier kommt man immer nicht durch Süd Als nüt Die hatten wir schon aufgemacht, die große da Ja Ähm Moment mal eben Ich muss mal eben schnell schauen Wir müssten eigentlich durch diese Tür hier durchgehen Durch die hier Aber die geht ja nun überhaupt nicht Und wir haben auch kein zweites Ding Äh Verdammt Mh, mh Hast du nicht gesagt, dumm wäre nirgendwo? Nirgendwo Ah Das ist ein seltsamer Ort Ja, klar Okay, alles klar Verstanden, Alice Dankeschön Okay, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden Und im nächsten gucken wir dann weiter Also bis denn Ciao, ciao Ciao Ciao